Hallo zusammen! Wir sind gerade im schönen Allgäu und wir machen heute eine Wanderung auf den Besler. Das ist in der Nähe von Obermeiselstein und der Berg ist ungefähr 1680 Meter hoch und in dem Fall handelt es sich um eine Rundtour. Wir sind am Riedbergpass gestartet und von da aus geht es über acht Kilometer und ungefähr 580 Höhenmeter. Einmal zum Besler und auf der anderen Seite wieder runter. Auf dem Gipfel selber gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder über einen normalen Wanderweg auf den Gipfel hoch oder über einen kurzen Klettersteig. Der dauert vielleicht fünf Minuten. Ist relativ einfach und man kann das Ganze in dem Fall dann auch als Rundtour verknüpfen, so wie wir das heute hier auf der Tour machen werden. Also wenn ihr weitere Eindrücke haben wollt, dann bleibt gerne dran. Viel Spaß! who sind das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020